hallo meine freunde willkommen hier auf mit mir und willkommen auf youtube ja genau ich habe mir auf mit punkt m mir auch ein account erstellt und werde da in zukunft auch videos mit hochladen ich bringe da einfach mal auf den zug auf was jetzt so sehr viele youtuber machen ja die wechseln jetzt zu widme link ist in der video beschreibung bei youtube und bei widme ist der link zu youtube in der video beschreibung ja ich versuche einfach mal vielleicht wird es irgendwas keine ahnung bei youtube ist ja jetzt ganz schön in den verruf gekommen mit seinen videosperren und ja seine nicht werbefreundliche videos und bla 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 deswegen versuche ich das einfach mal ich werde das alles doppelt sozusagen hochladen einmal auf youtube und einmal auf widme und mal gucken was draus wird und genauso werde ich das mit meiner livestreams machen ich werde einmal auf youtube stream und gleichzeitig auf twitch weil ich habe früher gedacht wenn man da und da streamt braucht man seine doppelte internetleistung aber das ist ja nicht so man streamt einen server und da verteilt das ganze und das werde ich jetzt mal ausprobieren ich denke das stream kommt eher wie dieses video oder auch andersrum keine ahnung und ja mal sehen was wird mal sehen wie es weitergeht und das war es was ich dazu sagen wollte ciao leute